Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle und Christian Alner. Seid gegrüßt. Heute geht es um Social Media in Deutschland 2019. Und das sind unsere Themen. Social Media in Deutschland 2019. Was wird wichtig und wie hängt da alles zusammen? Und warum sollte uns das alles interessieren? Hallo und willkommen. Frohes neues Jahr zur 32. Folge der Online-Geister. Der Ersten im neuen Jahr 2019. Online-Geister Hausmeistereien. Heute erwartet uns eine pickepackevolle Sendung. Deswegen haben wir die Hausmeistereien ausgelagert als Quickie. Und das verlinken wir euch in den Show Notes. Und wir legen jetzt gleich los. Genau. Aktuelles Lied. Dieses Monat ist rausgekommen von der japanischen Rockband Bandmade Bubble. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört eine ebenweise in einer Sache. Du brauchst noch Kennziffern für die Broschüre. In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken. Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten. Kurzum. Du brauchst Zahlen, Daten, Fakten. Tippe jetzt ein. www.socialmediastatistik.de Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. www.socialmediastatistik.de Dein Statistikpool Online-Geister Thema der Sendung Beim Thema der Sendung. Nämlich Social Media in Deutschland 2019. Und du hast da eine richtig coole Grafik gefunden, die das Social Media Universum abbildet. Genau gesagt, selbst gemacht. Oh, das hast du gemacht. Das ist meine. Das habe ich komplett selbst gemacht. Findet sich auch zum Ausstrahlungszeitpunkt der Sendung bereits als eigener Beitrag auf www.socialmediastatistik.de Das sind in dem Fall zwar auch wieder Quellen, die wir zusammengetragen haben, aber das ist in dem Fall mal so eben komplett von uns alles selbst gemacht. Und ich hätte noch irgendwie so eine Star Wars-mäßig Hintergrundmusik gebraucht an der Stelle. Kannst ja gerne mal irgendwas Beatbox-mäßig machen. Aber wir wollen euch heute jetzt im ersten Teil des Themas der Sendung einfach nur mal den Stand von Social in Deutschland vorstellen. Zum einen habe ich da kurz Erwähnung, Empfehlung in eigener Sache. Der liebe Lennart produziert bei Social Media Statistiken regelmäßig einmal pro Woche. Früher war es die Woche in Social. Jetzt sind es die Weekly Virals als Rubrik. Und da kann ich euch empfehlen, einfach mal reinschauen. Das ist gerade, wenn ihr so immer das Aktuelle mal sehen möchtet, eigentlich eine sehr schöne Übersicht. Und wir wollen uns jetzt vor allem erstmal so ein bisschen sortierter als im letzten Jahr im Januar mit der Thematik auseinandersetzen. Da habe ich jetzt schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir widmen uns jetzt nämlich erstmal dem Zuckerberg-Imperium. Düm, 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 düm. Nicht zu lange. Also Fragen unserer Anwälte. Wenn Tristan das jetzt nachzoomen, müssen wir da schon irgendwas zahlen. Ich kann nächste Woche mein Kazoo mitbringen. Facebook, Gründungsdatum 2004. Gibt es ja verschiedene Dienste, die in dem Bereich recht wichtig sind. Infografik, alles verlinkt werden an euch. Facebook, WhatsApp, Instagram und den Facebook Messenger. Genau. Da vielleicht nur für die Übersicht. Wie schaut da die Situation in Deutschland aus? Bei Facebook hat sich recht wenig verändert. Die sind jetzt weder besonders gewachsen noch besonders geschrumpft. Haben in Deutschland im Schnitt monatlich 39 Millionen Nutzer. Ist im letzten Jahr so ein bisschen geschwankt. Mal 36, mal 39. Je nachdem, was gerade für ein Datenschutzproblem aufgetreten ist bei Facebook. Aber es ist meistens so halbwegs konstant geblieben. Es gab jetzt keine gewaltigen Sprünge nach oben oder unten. Also so etwas unter 40 Millionen in Deutschland. Und weltweit sind wir bei so 2,3 bis 2,5 Milliarden aktuell. Das ist der Stand von Facebook. Das sind eine Menge. Tristan, kannst du das für dich irgendwie einordnen, ob das jetzt viel oder wenig ist für das Internet? Es ist schon mehr. Also was heißt mehr? Es ist schon definitiv einer der Big Player, der Global. Das haben wir eben nochmal drüber gesprochen. Von 700 Millionen und sowas wurden geleakt von, weiß ich nicht, wie viel, 3 Milliarden Internet. Das heißt 2,3 Milliarden. Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Welt inzwischen ist ja im Internet. Aber vielleicht für Deutsche nur mal kurz, damit auch alle anderen das mal für sie einsortieren können. Ach so, das sind immer noch 60 Millionen Leute im Internet. Mehr als. Mehr als 60. Wesentlich mehr als inzwischen, je nach Quelle. Je nachdem, welche Quelle du da konsultierst, die ARDZF-Online-Studie von 2018 sagt 63 Millionen Menschen in Deutschland, von 82 Millionen insgesamt, die wir ja wieder sind, sind 63 Millionen regelmäßig, mindestens einmal monatlich halt im Internet. Und die Weltbank sagt wiederum etwa 70 Millionen. Also Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ich selbst tendiere eher ein bisschen auf die 70 Millionen, aber diese 63 bei ARDZF sind auf jeden Fall verlässliche, belastbare, eher konservative Zahlen. Also davon fast 40 Millionen mehr als die Hälfte. Und ich glaube, als Social Media in Deutschland wird das nur noch getoppt von WhatsApp. Genau. Die haben auch zu Facebook gehört und sich viele Mitglieder überschneiden sich da. Die haben 40 Millionen Nutzer. Genau. Kann man auch als die Kronkolonie von Facebook bezeichnen. An der Stelle. Allerdings insgesamt weltweit nur anderthalb Milliarden. Genau. Nur anderthalb Milliarden, Anführungszeichen, aber deutlich weniger als Facebook weltweit hat. Da ist nämlich Deutschland wirklich so ein bisschen kleiner Ausreißer, weil wir halt hier eben mehr WhatsApp als Facebook-Nutzer haben. Hat vor allem damit zu tun, dass eben die Deutschen mit WhatsApp irgendwie ein bisschen mehr manchmal noch anfangen können, beziehungsweise WhatsApp viele irgendwie immer noch nicht so als Facebook-Zugehörig sehen. Ich habe das jetzt letzten Sommer gehabt mit meiner Mutter und einer Bekannten zum Grillen und habe da am Ende… Oh, ich mag Facebook nicht. Ich nutze nur WhatsApp. Ja, sowas in diese Richtung. Aber habe am Ende die meiste Zeit damit verbracht, so als Dozent Dinge zu erklären bei WhatsApp. Und dann halt eben auch, das gehört aber zu Facebook und all sowas, was sie nicht wussten teilweise. Aber ich meine, woher auch, das ist jetzt nicht wichtig für den Gebrauch, aber für den Kontext durchaus. Und da, genau wie bei Instagram, ist es einfach so dieses… Also Instagram ist es noch abspurer, dass das zu Facebook gehört. Also WhatsApp, das kennen viele, das ging auch darüber durch die Medien, glaube ich, als es gekauft wurde. Und dass Instagram dazu gehört, das ist so ein bisschen untergegangen neben den anderen großen Meldungen. Ja, ist auch schon 2012 der Fall gewesen. Damals übrigens für eine Milliarde US-Dollar, was aktuell übrigens auch die weltweite Nutzerzahl bei Instagram ist. Also Facebook hat quasi einen Dollar pro Nutzer bezahlt. Aktuell zumindest. Die haben sich ja selbst auch nochmal ein bisschen entwickelt. Bei WhatsApp wiederum, die 2014 aufgekauft wurden, da waren das 17 oder 19 Milliarden, aber fast 20 Milliarden US-Dollar. Wurde lediglich von LinkedIn später nochmal getoppt, aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir noch dazu. Aber nochmal für die Zahlen selbst, 17 Millionen Nutzer in Deutschland bei Instagram. Und um das vielleicht gleich abzuschließen, beim Facebook Messenger sind wir bei 28 Millionen Nutzer in Deutschland, weltweit etwa 1,3 Milliarden. Nur nochmal für die Übersicht. Facebook Imperium, 39 Millionen Facebook Nutzer, 40 Millionen WhatsApp Nutzer, 17 Millionen Instagram Nutzer und 28 Millionen Facebook Messenger Nutzer. Das macht insgesamt? Das ist eine ziemliche Masse, aber das doppelt sich ja an vielen Stellen auch von den Nutzern selbst. Also Reihenzahlen, wie viele Leute davon bei Facebook an sich sind im Kreis, haben wir jetzt keine. Facebook, WhatsApp insgesamt auf die Bevölkerung von Deutschland. Also viele Sachen werden sich zwangsweise doppelt und ich habe ja auch bei allen Plattformen mindestens einen Account teilweise über Kunden und Dummy-Accounts sogar mehrere. Also Dunkelziffer liegt da wahrscheinlich eher ein bisschen geringer als jetzt diese offiziell angebenen Zahlen. Da fällt mir ein, erinnerst du dich vor Jahren an eine DSDS-Folge, wo die gesagt haben, was ganz Deutschland DSDS geguckt hat? Nein, ich habe niemals Deutschland so auf den Superstar geschaut. Es gibt zehn Motoshows und jede Motoshow hatte etwa acht Millionen Zuschauern zur Hochzeit. Das heißt, zehn mal acht sind 80 Millionen. Das heißt, jeder Deutsche hat DSDS geguckt. Denn so funktioniert das. Deswegen stehe ich statistisch gegenüber. Statistisch haben wir auch einen Millionär und einen armen Schlucker zusammen eine halbe Million. Das hat schon Bruce World gesagt. Finde ich auch, das sind auch wahre Worte. Da bist du am armen Schlucker noch ziemlich gut. Was den Ruf von Facebook angeht, müssen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Deswegen würde ich jetzt sagen, wechseln wir gleich mal. Den Ruf von Google. Genau, oder Alphabet, wie es jetzt seit einigen Jahren heißt. Google ist ja nicht mehr das Unternehmen an sich. Die neue Holding kann man es ja eigentlich nennen. Die heißt Alphabet und da gehört ja unter anderem Google mit dazu, wo wir uns jetzt mit zwei Plattformen auseinandersetzen möchten, die für den Social Media Bereich einfach relevant sind. YouTube und Google+. Ich dachte, hast du gerade relevant Google Plus in einem Satz gesagt? Ja, ich weiß, aber bitte steinig mich nicht an der Stelle. Ich komme auch gleich nochmal auf den Kontext. Ich meine, wurde nicht letztens gesagt, dass es Google Plus abgeschafft wird? Ja, da komme ich ja drauf. Okay, kommen wir gleich drauf. Ja, okay, gut. Bei YouTube, das ist eine durchaus sehr populäre Videoplattform, also ein Social Sharing Dienst oder eine sogenannte Content Community. 31 Millionen aktiven Nutzern. Genau, aber, Achtung, 31 Millionen aktive Nutzer, aber nur 8 Millionen registrierte Nutzer, also sprich YouTuber. Die einen Account haben. Also die Account haben, beziehungsweise gelegentlich auch Videos hochladen. Accounts abonnieren. Also registrierte Nutzer, das heißt eben Leute, die auch Videos hochladen, sind etwa 8 Millionen. Und 31 Millionen nutzen das Ganze. Weltweit sind es 2 Milliarden, 1,9 Milliarden Menschen. Aber in Deutschland, ich meine, wir können ja mal grob rechnen, dass 4-fache an Nutzern im Vergleich zu Leuten etwas hochladen. Also wenn ich ein YouTuber bin, habe ich rein statistisch schon mal 4 Leute, die das nicht sind. Also die ich halt eben erreichen kann. Also es ist ein ziemliches Missverhältnis, finde ich, zwischen Produzenten und Konsumenten. Kurz, da steht die meistabonnierten YouTuber sind Freekickers, kurz gesagt, und Bibi's Beauty Palace. Genau. Bibi kenne ich. Kurz gesagt, habe ich mal von gehört. Was sind die Freekickers? Ah, was ist Fußball? Das ist Fußball. Okay. Und wo ist Gronk inzwischen? Der gehört halt nicht zu den populärsten an der Stelle, nicht zu den Top 3 zumindest. Und kurz gesagt kann ich extrem empfehlen, das gibt es inzwischen auch von Funk einmal. Da haben sie dann einfach Dinge erklärt, strich kurz gesagt. Und das andere war dann, kurz gesagt, in a nutshell gewesen. Also es war ursprünglich eigentlich... Also kurz gesagt, kurz erklärt. Ja, es war schon immer ein deutscher Kanal gewesen, also von Deutschen produziert. Aber die haben halt mit kurz gesagt, erst mal englisch sprachig angefangen. Sind dann von Funk aufgekauft worden und haben dann halt einen zweiten Kanal gemacht, wo sie teilweise Videos recycelt haben. Einfach nochmal übersetzt, beziehungsweise dann halt auch manchmal neue mit dazu genommen haben. Aber das findet sie halt eben also auf YouTube. Und ich glaube, jeder von uns wird YouTube in irgendeiner Form verwenden. Zumindest kennen. Ja, 31 Millionen machen das halt eben auch regelmäßig. Anders als bei Google Plus. Da sind zwar offiziell laut Google 16 Millionen Nutzer. Theoretisch hat jeder, der ein Google Konto hat oder bei Google irgendwo ist, bei Google Docs, Google Mail, Google sonst was. Auch YouTube ist auch Google Plus. Genau. Beziehungsweise wenn du YouTube allein verwendest und in die Kommentarspalten runterscrollst, ploppen ja was auf? Google Plus Kommentarspalten und das zählt bereits als Google Plus Nutzung. Das heißt, Google hat da immer so seine Zahlen ein bisschen geschönt. Realistisch waren es wahrscheinlich immer weniger als eine Million Nutzer. Aber inzwischen, um mal bei der Universums-Weltall-Metapher zu bleiben, Google Plus ist ein fehlgeschlagener Terraforming-Versuch. Ein toter Planetoid im Weltall treibend. Das Ding ist von Google aufgegeben worden. Ursprünglich sollte das Mitte 2019 der Fall sein, nach einem Hack, obwohl man nicht weiß, ob jetzt Daten abgegriffen worden sind oder nicht. Aber es war halt, also, es war kein Hack, sorry, es war eine Schwachstelle, die man entdeckt hat. Dann gab es eine zweite Schwachstelle und dann hat Google gesagt, beziehungsweise Alphabet, okay, machen wir halt Google Plus komplett dicht. Ist eh keiner da. Ja, mein Gott, das stört jetzt keinen. Hat auch keinen großen Aufschrei gegeben, nicht wie bei Tumblr. Ja, wobei Tumblr nicht dicht gemacht hat, sondern ja eigentlich nur die Pornikarie ausgesperrt. Microsoft, ja, das ist jetzt, seit wann gehört Skype zu Microsoft? 2011. Das wusste ich nämlich auch lange Zeit nicht. Und jetzt, erst nach dem letzten Update, das mir aufgezwungen wurde, was ich immer über vermieden habe, wurde, habe ich gesagt, das neue Microsoft Skype. Und was ich richtig cool fand, ist, dass meine Kontakte nicht übernommen wurden. Dass ich erstmal neu suchen musste, okay, wen brauche ich jetzt eigentlich für meine Skype-Sachen? Das ist nur eine Gruppe von Freunden, aber wäre halt schon doof, wenn die plötzlich weg sind. Und vielleicht werden sich die einen oder anderen von euch da draußen wundern, warum Microsoft? Übrigens, hättest du gewusst, wie lange Microsoft schon existiert als Unternehmen? Lange. Ja, 1975 gegründet. Älter als Internet. Ja, zum einen. Ich glaube, ich glaube sogar älter als Apple oder ähnlich alt wie Apple auf jeden Fall. Aber wie passt das zu Social Media? Also Microsoft kennen wir eigentlich eher von Windows, von den Microsoft Office-Produkten, also so klassische Bürosachen ja eigentlich. Aber genau, Skype gehört einmal dazu. Da sind wir bei in Deutschland 17 Millionen Nutzern. Damit finde ich Skype so mittelgroß. Das war aber früher auch mal Skype, Skypen sagt man immer noch, war früher auch mal teilweise der Inbegriff von Internetkommunikation. Ja, vor allem so von Live-Video-Chats. Ja, wir skypen jetzt mal eben kurz. Genau, und das war ursprünglich eine Kombination von, ich glaube auch gerade war, estnische Entwickler und ich glaube eine schwedisch-dänische Verwaltungsspitze oder sowas. Aber Skype war ein europäisches Projekt. Also wenn auf EU-deutsche Regierungsseiten, was weiß ich nicht immer, gemäckert wird, es gibt kein deutsches Facebook oder was weiß ich nicht alles. Wir brauchen ein deutsches Silicon Valley oder ein europäisches. Gab es teilweise schon, es wurde nur von den Amerikanern aufgekauft. Mit Antworten, lieber Politik, es sei zu spät gewesen. Und das ist eben 2011 passiert gewesen, wurde friedlich in das Microsoft-Dominion aufgenommen. Was nicht so viel weniger Benutzer hat als Skype, aber ich glaube deutlich unbekannter ist, ist LinkedIn. Ja, zumindest im Dachraum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, also Deutschland, Austria, Konferatio Helvetica, Dachraum. Gibt auch Dachli und sowas, wo dann halt Lichtenstein, Luxemburg und sowas noch mit dazu zählen. Also generell deutschsprachiger Raum. Da hat LinkedIn etwa 12 Millionen Nutzer. Das ist mit dem Hauptkonkurrenten Xing, der bekannter sein könnte, ähnlich auf. Ist aber halt eben US-Dienst. Weltweit sind wir bei 590 Millionen Nutzern. Ist 2003 gegründet und 2015 von Microsoft aufgekauft worden für, hast du eine Ahnung wie viel? Das war ja das, was noch teurer war als WhatsApp. Teurer als WhatsApp? Ja, bei WhatsApp waren wir schon bei fast 20 Milliarden. Dann würde ich sagen für zu viel. 25 Milliarden US-Dollar hat Microsoft für LinkedIn bezahlt. Das ist halb so viel, wie Bill Gates hat. Das ist, das Unternehmen würde ich mehr haben. Ja, aber das ist, das ist eine Menge. Also für mich, wenn ich jetzt die Hälfte von dem, was ich habe, was ausgeben würde, das wäre für mich viel. Und Bill Gates hat fast unendlich mal mehr Geld als ich. Und wenn der die Hälfte, das er hat, also sein Unternehmen, die Hälfte, was der Chef für irgendwas hat, egal. Es ist verdammt viel Geld. Es sind Investitionen fürs Unternehmen. Ja, natürlich. Ich habe auch im letzten Jahr einige strategische Zukäufe getätigt und auch teilweise mehrere tausend Euro für eine Domain bezahlt. Ach ja. Kommt natürlich immer darauf an, ob man der Meinung ist, dass sich das Ganze rechnet für einen. Wahrscheinlich nicht. Das klar soll natürlich der Fall sein. Aber bei Microsoft, wie gesagt, haben wir Skype mit 17 Millionen und LinkedIn mit 12 Millionen Nutzer in Deutschland. International schaut das alles ein bisschen anders aus. Aber ich denke, mindestens Skype hat jeder ja in Deutschland so hier und da irgendwie mal genutzt oder kennt jemanden, der es genutzt hat. Also ich denke, es ist schon verbreitet. LinkedIn, weiß ich jetzt nicht, hast du mit LinkedIn schon mal zu tun gehabt? Nein. Ich habe mal irgendein LinkedIn-Profil gesehen, als ich irgendeine Person gesucht habe und zu wissen, wer ist das eigentlich? Und dann war irgendwie hier der Google-Ergebnis in der Link zum LinkedIn-Profil. Ich habe ein LinkedIn-Konto, aber ich muss sagen, bei mir ist das auch eher so ein bisschen lebende Leiche, muss ich sagen. Ich habe aber auch mehrere Konten von Xing gesehen. Danach begeben wir uns in die freien Welten, die noch nicht zu einem der richtig großen Konzernen gehören. Noch nicht vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber viele wahrscheinlich noch nicht. Und da ist auch LinkedIn so ein bisschen der Ausreiß unter denen, die wir hier vorstellen. LinkedIn oder Xing? Xing meine ich, ja. Xing, der internationale LinkedIn mit 14 Millionen Nutzern. Ja, und vor allem Ausreißer, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Hat seinen Sitz in Hamburg, Hamburger Perle. Ist in einem der DAX, ich vergesse mal, MDAX oder TechDAX gelistet. Und ganz, ganz wichtig, weil der nämlich als nächstes Twitter kommt, ist, arbeitet profitabel. Xing schreibt schwarze Zahlen. Twitter nicht? Nee, Twitter nicht. Noch nie. Aber nochmal Xing, 14 Millionen Nutzer in Deutschland. 2003 gegründet, da war es noch OpenBC, Open Business, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber wurde dann zu Xing geändert, weil es diesen Begriff auch im Chinesischen gibt. Da heißt es eigentlich, Xing funktioniert, so nach dem Motto. Weil man damals halt noch stärkeren internationalen Raum vorstoßen wollte. Xing selbst ist heute vor allem ein Business-Netzwerk für den deutschsprachigen Raum. Also, wo LinkedIn in anderen Teilen der Welt extrem populär ist, ist es halt Xing im Dachraum vor allem. Also primär in Deutschland, aber Österreich, Schweiz auch durchaus. Die haben da auch so ein, zwei Millionen Nutzer jeweils. Aber die meisten sind halt eben in Deutschland. Habe ich auch mal ein paar Profile gesehen von Leuten, die wissen wollten, okay, den Namen kenne ich, wer ist das nochmal? Zack, hier. Das sind Anbieterdingens. Weil ich selber, glaube ich, am häufigsten Nutze von den bisher vorgestellten Sachen ist Twitter. Das ist ja schon erwähnt als Nachrichtendienst für gerade ist was passiert, informiere dich mal. Für die Live-Ticker-Plattform im Internet. Tatsächlich in Deutschland nur 1,8 Millionen Nutzer. Ja, offiziell sind es 12 Millionen Nutzer, das sind Daten von 2016, die Xing mal rausgegeben hat. So zum zehnjährigen Jubiläum der Gründung 2006. Ja, ja, Twitter, danke schön. Zu viele Netzwerke. Ja. Weltweit 326 Millionen. Genau, das ist so der letzte Stand jetzt Anfang 2019 gewesen. Aber davon auch wirklich viele Leute mit viel Reichweite. Also Politiker, Prominente, generell so Influencer. Ja, Politiker, Prominente, Presseleute oder wie unsere Digitalstaatsministerin, die Frau Bär, übrigens Einladung steht noch, sie können gerne mit uns in die Sendung kommen, gemeint hatte Politiker, Prominente und Psychopathen. Auch, bestimmt, ja. Teilweise überschneidet sich das. Aber warum Twitter nur so wenige Nutzer, das hat vor allem damit zu tun, dass halt eben diese Nutzergruppe in Deutschland sich vor allem eben aus Politikern und Co. zusammensetzt. Also Leute, die, wie du ja auch schon gesagt hast, Tristan, eine entsprechende Reichweite haben. Und deswegen ja auch immer in Nachrichten, was weiß ich nicht alles, Twitter gerne mitgenannt wird. Aber in Deutschland an sich wirklich ist es ein ziemliches Nischending. Eigentlich müsste Twitter wirklich komplett unter dem Radar laufen, ferner liefen sein. Aber ich glaube, jeder von uns, Facebook, Twitter, das ist ja gerne so eine Reihenfolge, die genannt wird. Ja, immer wird man da so, Facebook, Twitter, Google+, hieß es früher mal, Google+, ist jetzt nicht mehr so noch Facebook, Twitter. Und Twitter, gerade Kommentare werden oft in irgendwelchen Blogartikeln oder Nachrichtentexten noch verwendet. Hier, da hat der und der das und das gesagt. Ja, ich schreibe ja auch eben jetzt für den Standard in Österreich. Da gibt es auch bei dem Bereich zum Texteschreiben extra so Einfügemöglichkeiten für Facebook und Twitter. Ja, dass du halt Posts direkt als Zitat dort einfügen kannst. Und auch gerade im letzten Jahr wurde öfter mal ein uralter Kommentar auf Twitter rausgeholt, um jemanden zu diskreditieren. James Gunn zum Beispiel hat vor zehn Jahren. War das im letzten Jahr? Das war nichts viel länger. Ich meine, es war 2018. Hat vor zehn Jahren auf Twitter ein paar gespattlose Witze gemacht. Zack, ein paar Leute, die ihn nicht mögen, holen das raus, generieren einen künstlichen Shitstorm. Disney feuert ihn. Wir haben keinen nächsten Galaxy-Film. Boom. Aber das ist ein anderes Thema. Zeigt aber durchaus die Reichweite bei Twitter. Also was für Folgendes auch haben kann. Ich meine, ich muss nur mal als Beispiel nehmen der aktuelle US-Präsident und Twitter. Das ist ja auch so eine Geschichte für sich. Oder Könnte auch eine ganze Folge füllen. Oder wenn du daran denkst, der Oh Gott, Habeck, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der grünen Spitzenpolitiker, Wolfgang, glaube ich, Habeck, Robert Habeck. Der jetzt Anfang des Jahres 2019 von Social Media zurückgetreten ist, weil er, also sein Facebook-Konto, sein Twitter-Konto hat er gelöscht, weil er selbst gemerkt hat, er ist von diesen Plattformen irgendwie auch instrumentalisiert worden, im Sinne von, dass er eben immer mehr Zeugnung gepostet hat. Aber Twitter halt vor allem bei der Kommunikation und hat immer so ein bisschen Probleme, strauchelt gerade so ein bisschen, was die Nutzerzahlen angeht. Also 326 Millionen, das war schon mehr. Das war teilweise 335 Millionen weltweit. Und das große Problem bei Twitter, es macht keinen Profit. Es schreibt keine schwarzen Zahlen. Deswegen wurde auch immer wieder überlegt, ob man es nicht verkauft. Vor ein paar Jahren hatte Disney mal Interesse angemeldet. Okay. Hat aber auch nicht funktioniert. Aber mit Blick auf die Zeit. Schnell auch die letzten Anreisen. Pinterest mit 4 Millionen Bewohnern. Ja, okay, für die. Ja, für die Kosmos. Nervt mich nur, wenn es irgendwie in der Bildersuche mal ein Bild von Pinterest auftaucht, ich draufklicke und sofort Pinterest mir hingegen ploppt. Möchtest du nicht anmelden und ich nichts wegmachen kann, das Bild nicht sehen kann. Snapchat gibt es immer noch. Ja, mit 5 Millionen Nutzern. Insgesamt fast 300 Millionen weltweit. Bei Pinterest übrigens fast eine Viertelmilliarde Nutzern zwischen. Aber Snapchat ist dabei. Und vielleicht schon mal gehört oder nicht, TikTok. TikTok, ja, sagt mir was. Also war früher Musical.ly gewesen. Ach, ich dachte, das wäre was Neues gewesen. Aber das war eine Namensänderung. Ja, nee, ja, nein, es wurde aufgekauft. Also Musical.ly als Dienst wurde aufgekauft und dann haben wir den ersten chinesischen Zugang. Kurz für Leute, die es eventuell nicht kennen, weil ich kann das vor einer Weile auch noch nicht. Man macht ein Video auf zu irgendeinem vorher gegebenen Text, Lied. Also ich kenne Leute, die haben Filmszenen kurz nachgespielt in 10 Sekunden. Die haben ein kurzes Lied gesungen, bewegen sich dazu, nehmen sich irgendwie auf, wird von der App zusammengebastelt und dann in Social Media ist hochgeladen. Genau, so eine Art Mini-Playback-Show-App könnte man sagen, obwohl ByteDance als Betreibunternehmen da jetzt auch mehr in Richtung Gespräche, Diskussionsshows, Blogging gehen möchte. Also auch ein bisschen weg von dem reinen Musikkram. Wunderbar. Und damit wären wir dann auch durch an der Stelle. Dann würde ich nochmal eine neue Tradition wieder aufleben lassen, die ich glaube, ich in den letzten Monaten ein bisschen versachlässigt habe, dass wir jedes Mal ein schnitzklassisches Lied reinnehmen. Und diesmal habe ich für euch Feuer von Jimi Hendrix. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einigen, was in einer Sache. Du brauchst Feedback. Du willst Tipps von Social Media Experten. Du brauchst Impulse, um beruflich und persönlich weiterzukommen. Jetzt anmelden unter www.onlinegeister.com Der Seminarnetzwerk war zunächst für Christians Kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen. Euch Hörer laden wir ein. Das heißt Einen Thema-Kreis Vernetzen und Interagieren Projekte vorstellen Es darf alles gefragt werden Es darf alles beantwortet werden Jetzt anmelden unter www.onlinegeister.com Onlinegeister Thema der Sendung Was wird wichtig? Wir erinnern das alles zusammen. Wir haben jetzt gerade eigentlich eher ein paar Zahlen runtergebetet und wollen uns da jetzt nochmal ein bisschen mit beschäftigen an der Stelle, wie einfach die Entwicklung von Social Media in Deutschland sich entwickeln könnte. Also was kommt da jetzt eigentlich? Wir haben jetzt diese Zahlen, aber was sagen uns diese Zahlen eigentlich aus? Also wir wollen euch da jetzt auch eine kleine Interpretation natürlich noch geben. Die Zahlen sagen aus, es ist immer noch da. Also es wird nicht weggehen. Oder wo wolltest du hinaus? Ja, einmal das Social Media ist da, aber auch wie entwickelt sich das zum Beispiel so diese populären Facebook-Dienste vor allem. Ich meine, die sind da, aber die entwickeln sich jetzt auch nicht mehr großartig. Also da kommen jetzt keine gewaltigen Sprünge dazu. Aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, gerade so dieser ganze Streaming-Markt-Bereich. Also wenn ich an ByteDance denke, wenn ich an Snapchat denke, das sind ja durchaus auch im weitesten Sinne Streaming-Apps, weil da auch eben Streams auch laufen. Oder, das habe ich jetzt noch komplett rausgelassen, Netflix, weil ich da einfach noch keine richtig guten Zahlen gefunden habe. Aber wir haben jetzt deutlich gesehen bei Alexa, dass das definitiv erwähnenswert ist, weil es ja auch eine recht populäre Website darstellt in Deutschland. Aber das ist so ein gesamter Markt, wo ich sagen würde, kann man durchaus auch so als Trend für 2019 ein bisschen sehen, dass sich das auf jeden Fall entwickeln wird, weiterentwickeln wird. Ich hätte jetzt nochmal andere Namen raussuchen können, aber die Rocket Beans haben ja 2015 angefangen mit ihrem Rocket Beans TV als ersten deutschen 24-Stunden-Fernsehsender im Internet. Aber ich habe gerade auch gehört, dass einige noch nachgezogen sind, dass auch andere angefangen haben, weiß nicht, ob rund um die Uhr, aber zumindest auch schon sehr, sehr viel zu streamen. Auch in Amerika gibt es da ja auch schon eine ganze Menge, wo ich jetzt auch keinen Namen rausgeschrieben habe. Also die jetzt müssen öfter mal längere Livestreams machen diesbezüglich. Also was mir jetzt spontan einfällt, wäre Critical Role, die für die Seite Geek & Sundry einmal die Woche vier Stunden lang Rollenspiele, Livestream. Aber zumindest so in deiner Filterblase scheinen da so irgendein Versatzstücke, die so in der Sammlung haben, da ploppt immer mal was hoch. Oder so Sachen zu Live-Reactions. Also wir wollen irgendwann noch eine Wrestling-Folge machen. Da gibt es den YouTube-Kanal Cultaholic, die machen regelmäßig, wenn gerade irgendein Event im Fernsehen ist, jetzt zum Royal Rumble, im Zeitpunkt der Ausstrahlung ist der am Wochenende. Die werden sich auch wieder hinsetzen und Livestreamen, wie sie dieses Event gucken und ihre Reaktionen, dass man direkt hat. Also wenn man das alleine gucken muss, weil man keine Freunde hat oder diese Freunde keine Zeit haben oder keine Lust auf Wrestling, kann ja auch sein. Dass man halt die jetzt auf dem zweiten Bildschirm, auf dem Sofa hat und mit reagieren kann, wie die sich freuen und ärgern. Und da würde ich jetzt nur mal kurz, Christoph Bursek, den Chef von V-Squad, das ist ein YouTube-Analysedienst, der wurde bei Online-Marketing.de interviewt, mal zitieren wollen. Der auch so sinngemäß gemeint hatte, als Frage, ob jetzt Game und Streamer die neuen Rockstars unserer Zeit sind, kann man durchaus weder bejahen noch beneiden. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall in so eine Richtung gehen. Ich meine, wenn ich an die YouTuber denke, die teilweise auch extreme Promis geworden sind. Und auch Trendsetter, sagt man das noch? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die aber halt auch einfach so eine Stellung eingenommen haben. Ich meine, wir müssen nur mal nach Südkorea schauen, dass diese ganze Gaming-Industrie, E-Sports-Bereich. Ich weiß, das ist allein, wir sind hier in Halle-Saale. Es gibt in Magdeburg einen E-Sports-Verein. Und das finde ich schon aussaherkräftig genug für eher so ländlicher geprägte Gegenden mit wenigen großen Städten. Was, Magdeburg? Dass sich genügend Leute finden, einfach, dass sich genügend Leute finden, um so einen Verein zu gründen und am Leben zu halten. Nein, aber generell. Anhalt, Brandenburg, die ganze Region sind ja eher ländlich geprägt. Wir haben ja wenige große Städte. Das ist jetzt nicht so wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist, wo ja Stadt auf Stadt hockt. Ist in Nordrhein-Westfalen was anderes als Stadt? Ja, meine ich ja. Und da finde ich es einfach schon aussaherkräftig genug, dass es selbst hier sich sowas entwickeln kann. Und es gab ja sogar schon einen Antrag beim, ich weiß nicht, ob das der Deutsche Olympische Sportbund war, aber auf jeden Fall für die Olympischen Spiele, ob man nicht E-Sports auch zulässt als olympische Disziplin. Wurde aktuell noch abgelehnt. Habe ich mehrere Videos gesehen, die das diskutiert haben. Ja, abgelehnt. Muss, brauche ich nicht. Also, nöte soll ja eigentlich das Ding bleiben. Persönliche Sichtweise. Aber es ist auf jeden Fall, ich kann nur nicht mehr sagen, es ist da. E-Sport nicht, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich finde, es ist da, es entwickelt sich. Und gerade wenn du hier an die Dreamhack-Messe denkst, dir jetzt auch wieder an Leipzig ist oder war zu einem ausstrangenden Zeitpunkt. Ich muss gerade überlegen. Das ist im Jahrhundert. Ich habe mich im Kopf. Aber das ist auch sehr, sehr viel im E-Sports-Bereich angesiedelt. Auf jeden Fall. Und das würde mich gleich zu einer zweiten Mutmaßung bringen. Was ich auch. Ich war einmal auf der Dreamhack. Ist ja Leipzig gleich um die Ecke. Und da habe ich das erste Mal eine Oculus Rift aufgesetzt. Das erste quasi massenmarktaugliche VR-Headset. Das war als... Übrigens auch von Facebook gekauft inzwischen. In den Jahren schon. War zur Marktaueinführung relativ teuer für den Hausgebrauch. Und die, die ich aufhatte, war technisch beeindruckend, weil du halt in der Welt drin warst. Aber trotzdem gab es noch schwarze Ränder an den Ecken. Und ich konnte die Pixel zählen auf dem Bildschirm. Das hat sich inzwischen, glaube ich, auch gebessert. Es gibt die HTC Vive. PlayStation für PlayStation 4 hat ein VR-Hardware dazu gemacht. Das PlayStation VR-Headset, glaube ich, heißt es einfach nur. Und da auch im letzten Jahr einige Spiele für veröffentlicht, die einige Top-Listen sogar dieses Jahr bevölkert haben. Und das sind ja zum einen dann die VR-Spiele. Aber es gibt ja genauso auch Communities. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Facebook Spaces denke. Genau. Das ist ja so eine VR-Community, also über Oculus Rift als Dienst. Sollte ihr dann so eine Art Second Life nur halt eben innerhalb von Facebook erleben können. Und ich habe zum Beispiel auch ein eigenes Beispiel. Bei einem meiner Bildungsanbieter läuft das seit einiger Zeit. Da gibt es auch, das ist kein E-Campus, ich komme gar nicht mehr auf die Bezeichnung, wie das gute Stück hieß. Aber das ist auch so wirklich wie Videospiel-mäßig ein Avatar, den du halt auf eine bestimmte Art und Weise kleidest. Du hast dann so ein fiktiv in den Schweizer Bergen befindliche Konferenzräumlichkeiten. Also richtig grüne Wiese, Autos, die draußen stehen, gewaltig hübsch modern eingerichteter Glas- und Betonbau. Und dann hast du eben auch diese Avatare, mit denen du dann Unterricht zusammen machen kannst. Finde ich so als Technologie an sich eine schöne Sache. Und ich finde auch, dass Technologien vor 10, 20 Jahren noch spekuliert wurden und Hologramme waren ja in aller Munde und jetzt gibt es auch inzwischen schon Hologramme, die gezeigt wurden. Ich glaube nicht, dass Hologramme so das große Unterhaltungsmedium werden, sondern nur in der Spielerei bleiben, weil das, was Hologramme machen wollten, um dich herum oder vor dir das 3D-Greifbares zu zeigen, jetzt mit VR passiert. Dass du da halt das VR-Headset aufsetzt und in der Welt drin bist. Was ich auch super finde, ich konnte es leider nicht richtig genießen, weil ich kein VR-Headset habe, hat Game 2 von den Rocket Beans, auch von Funk, Teil von Funk, eine komplette Folge ihrer Serie, ihrer Sendung in VR gedreht. Dass du in der Sendung drin saßt, im Studio nicht umgucken konntest rundum. Und da haben die eben auch über solche VR-Communities geredet. Wollte ich nochmal eben empfehlen, am besten mit VR-Headset genießen oder mit YouTube 360 Grad, gibt aber auch eine Folge ohne VR, also eine Version ohne VR-Headset. Genau und ohne im Sinne von nicht mehr, habe ich ja auch ein paar Überlegungen mal mit angestellt, was auch so Trends und Hypes angeht. Wir haben jetzt gerade so ein paar neueren Namen, wie zum Beispiel TikTok, wo vielleicht gerade die ältere Fraktion ab 2025 nicht mehr viel von gehört hat. Wer von euch kennt eigentlich noch Vero? Du hast mich in der Musikpause gefragt und ich wusste es nicht mehr. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das sollte Social Media werden, so als Netzwerk, gerade für die junge Generation mit hohem Datenschutz, ohne Werbung, wo sich jeder irgendwie vernetzen kann, wo Videos und Texte und Blog-Einträge und Mini-Blog und alles drauf ist. Das war aber eine Totgeburt. Ah, okay, schade. Hat vor allem damit zu tun, dass das eigentlich nur, das war ein super Beispiel für Influencer-Marketing. Da hat einfach nur der Chef, das ist der Sohn eines fragwürdigen Bauunternehmens im Nahen Osten, der halt auch gerne mal Tote auf seinen Baustellen hat. Also tote Bauarbeiter, die halt eben bei dem ganzen Sterben. Nee, aber Papa finanziert ihm das Ganze. Okay. Und das finde ich schon mal so ein bisschen. Und Vero war halt, da ist nichts mehr gekommen, das Ding ist tot. Was aber, finde ich, ganz interessant, durchaus lebendig ist, da haben wir über Vero berichtet und auch über Mastodon. Genau, das lebt nämlich auch noch. Hör ich leider relativ wenig drüber. Ja, es ist wirklich eher nischig angesiedelt, aber das ist mir zum Beispiel auch im Zuge dieses kleinen Tumblr-Exodus im Dezember mit aufgefallen. Das ist auch, viele gibt ja da jetzt einfach Mastodon-Instanzen aufgelegt haben, um ihre sonst was Nischen da zu demonstrieren. Weil halt eben da auch Tumblr, ich bin immer noch ein großer Freund von Tumblr, aber ich muss sagen, das ist halt wieder dieser Nachteil, wenn du so eine zentralistische Form von Unternehmen hast. Das ist eben bei Mastodon nicht. Da hast du einfach nur die Technologie und jeder macht dann eben sein Ding. Also ich habe es jetzt, wenn ich es rückwärts zusammenfassen würde, so eine Mischung aus Twitter und Discord, oder? Also du hast ja im Prinzip deine eigenen Server, wo deine Community drauf ist und die kommunizieren untereinander in einem ähnlichen Prinzip wie bei Twitter, nur mit größerer Zeichenbegrenzung. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Mastodon extreme Sprüngen gemacht hat. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, wir haben da auch spezielle Folgen, also auch einen konkreten Queergeber zu Mastodon gemacht. Ist schon ein bisschen her, hat sich aber jetzt inhaltlich nichts dran geändert. Übrigens auch entwickelt von einem Jena-Informatiker, also aus Jena in Thüringen. Um zu deinem Thüringen-Kommentar von vorhin zu kommen. Da kann sehr viel rauskommen aus diesem Bundesland. Ja, natürlich. Und da habe ich nur festgestellt, so in den Nischen, gerade eben so als Alternative zu etwas, hat sich Mastodon, denke ich, durchaus so ein bisschen Namen gemacht in der Szene auf jeden Fall. Und die heißen immer noch genau wie die Proc-Metal-Band. Wer ist eigentlich Kevin? Kevin, das ist ein Gastautor bei Social Media Statistik und der hat sich auch nochmal Gedanken gemacht. Und zu Stories, KI, Social Selling und interdisziplinären KPIs, also Kennziffern, mal einen Gastbetrag formuliert. Der findet sich auch zum Ausgangszeitpunkt bereits auf socialmediastatistik.de. Packen wir euch auch natürlich als Link alles in die Shownotes. Wo ich aber auch der Meinung bin, und da hatte ich ja schon mit AliExpress ein Beispiel gegeben, China kommt. Natürlich. Das wäre meine Prognose Nummer zwei. Vor allem im Social Media Bereich denke ich, dass WeChat da durchaus populärer werden könnte. Das war das China-Ding, also chinesische Ding-Plattform-App, wo irgendwie alles mit drin ist, oder? Ja, was eben nicht nur sowas ist, wie WhatsApp, sondern Amazon, PayPal, WhatsApp, alles in einem. Genau, quasi so eine Universal-App. Ist natürlich durchaus kritisch zu betrachten, gerade wenn ich mir da so den Überwachungswaden in China anschaue. Stichwort Social Score, Citizen Score, vielleicht schon mal von gehört. War vor einiger Zeit mal Thema, und so bin ich zu Extra-Credit-Stream gekommen, weil die im Prinzip die Gamification von sozialem Ansehen gemacht haben. Du bekommst Punkte und steigst Stufen auf, wenn andere dich cool finden online. Ja, und da bin ich halt vor allem der Meinung, dass halt vor allem mit dem Aufkommen von chinesischen Unternehmen, die ja immer populärer und wichtiger werden, Mein bestes Beispiel ist ja TikTok, das ist als Musical.ly aufgekauft worden von einem Chinesen. Und die haben in Deutschland inzwischen mehr Nutze mit über 8 Millionen im Vergleich zu Snapchat zum Beispiel, was ja klassisch als amerikanisch ist. Also die Chinesen kommen langsam mit dazu. Deswegen bin ich der Meinung, als dritte Prognose, wir werden in den nächsten Jahren so eine stärkere Konkurrenz der klassischen Garfarb-Ökonomie versus Bart-Ökonomie haben. Sagt dir das irgendwas? Äh, nein. Okay, kurze Erklärung, Garfarb- oder Garfam- oder Garfad, da gibt es verschiedene Erklärungen. Also über die Farb-Ökonomie ist USA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Ich nehme immer gerne noch Microsoft mit dazu, einfach weil es auch nicht gerade ein kleines Unternehmen ist. Und die Bart-Ökonomie ist halt eben China. Da haben wir Baidu, Alibaba und Tencent. Baidu ist das chinesische Google, Alibaba das chinesische Amazon plus ein paar andere Sachen. Und Tencent ist so der chinesische Social-Media-Riese, also quasi Facebook plus Twitter plus sonst was, was die so alles betreiben. Tencent macht zum Beispiel auch WeChat als Angebot. Das sind so die drei großen dort. Und ich denke, das wird ein immer stärkeres Aufeinanderprallen dieser Bereiche sein. Dass jetzt vor allem auch zum Beispiel in Europa und ich denke mal auch so Zentralasien, Afrika, diesen Ländern oder Regionen, es ein stärkeres Miteinander, Gegeneinander geben dürfte. Ja, und warum sollte uns das alles interessieren? Auf China war ich ja schon mal kurz eingegangen, wegen Citizen-Score und alles. Da geht es ja darum, jeder Chinese bekommt Abgebot einen Punktestand von 1000. Und wenn er etwas Gutes tut, kriegt er Pluspunkte. Wenn er etwas Schlechtes tut, kriegt er Minuspunkte. Da gibt es eine Black-Mirror-Folge zu. Da können wir schon bei vielen Sachen sagen, aber speziell dazu gibt es eine Black-Mirror-Folge. Das gab es auch schon bei The Orville, was ich übrigens jedem Star-Trek-Fan ans Herz legen kann als Serie. Da sind sie auf einem Planeten gekommen, in dieser Cypher-Serie, wo es halt so quasi nach dem YouTube-System Daumen hoch, Daumen runter geht. Wo du dann eine Gerichtsbarkeit, eine Justiz hast, die genau über sowas funktioniert. Also halt eben populär, nicht populär. Und da hast du zum Beispiel keinen Parole-Officer, also so einen Pflichtverteidiger im Vereinigten Stand, sondern einen PR-Officer, der dir hilft. Fand ich auch eine sehr schöne Darstellung und Zusammenfassung des Ganzen. Aber das ist durchaus kritisch einfach, dass das eben bei solchen Unternehmen, dass da zunehmend kommen könnte. Ich meine, in Deutschland haben wir die Schufa, das ist auch so eine Sache mit Scoring-System, aber es ist nochmal eine andere Qualitätsstufe, definitiv. Ja, sowas. Aber generell sollte es uns interessieren, weil das Internet ein großer Teil unseres aktuellen Lebens ist. Wir machen diese Sendung über das Internet, auch weil es nicht mehr weggehen wird. Es wird einfach nur noch größer, bis es irgendwann keinen mehr in Deutschland gibt, der nicht das Internet nutzt. Die letzten 20 Millionen, die werden uns irgendwann wegsterben. Oder sind einfach noch nicht groß genug geworden, um das Internet zu nutzen. Oder aus sonst welchen Gründen. Ich denke auch an Krankheiten, geistige Behinderungen, sowas, die gar nicht in der Lage sind, körperlich oder geistig. Da jetzt großartig, eigenständig da zu agieren in der Gesellschaft. Oder, da habe ich auch eine Teilnehmerin, deswegen will ich auch dann mal ein Audio kommen. Funktional blind ist die Frau, die kann auch helldunkel ein bisschen wahrnehmen. Und das war es dann. Und da habe ich auch dann mal, dass halt Audio, gerade so Sprachassistenten, für solche Gruppen auch wieder eine emanzipatorische Wirkung haben. Hat man ja auch alles besprochen in unserer Folge zu Sprachassistenten. Schaut einfach mal in der Suche bei online-gasse.com, bzw. bei eurem jeweiligen Podcast-Shop mit rein. Und so Bedeutung, ja? Nur schnell, noch das Letzte. Digitalisierung kommt, aber ich finde, es sollte nicht verteufelt oder gelobt werden in den Himmel. Es ist halt eben wie alles andere, wie auch Fernsehen oder Radio. Es wird irgendwie Teil der Welt. Es wird mal... Es ist bereits das große Teil der Welt. Wer guckt da auch noch Fernsehen? Nee, aber auch so ganz normaler Teil der Welt für jeden, dass wir gar nicht mehr so großartige Diskussionen haben. Oder machst du dir heute irgendwie Gedanken, oh, du hörst aber sehr viel Radio, mein Kind, ob das ja so gut ist? Ja. Also gerade, wenn Leute sehr viel Radio Chorax hören, das darf auf Dauer, glaube ich, nicht gesagt sein. Okay, das ist deine Aussage. Aber meine... Also warum sollte es interessieren? Ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant, dass wir auf der einen Seite diese Monopolisierung auf der Welt haben. Wenn ich gerade so Richtung Facebook und Google schaue, also halt eben ein Unternehmen macht sehr, sehr viel. Wer entscheidet zum Beispiel, was Facebook anzeigt, was Facebook nicht anzeigt? Also wer entscheidet diesen Algorithmus? Das ist ein halbes Dutzend Menschen im Facebook-Konzern. Also dann hast du so eine halbes Dutzend Programmierer, die treffen sich beim Kaffee früh morgens und entscheiden für zweieinhalb Milliarden Menschen, was die sehen dürfen und was nicht. Das, finde ich, betreffend Monopolisierung und auch Zensur durchaus gefährlich. Und da finde ich solche dezentralen Ansätze wie zum Beispiel Mastodon oder auch WordPress oder auch die ganze Podcast-Szene an sich eigentlich sehr, sehr gut. Also zu Podcasting haben wir, glaube ich, Folge 9 gemacht, WordPress haben wir eine eigene Folge gemacht und ja, dann hast du doch mal ein Quickie gemacht dazu. Also kann alles nachgehört werden, aber da bin ich halt großer Fan für diesen dezentralen Ansätzen. Wir haben zwar Spotify im Podcast-Bereich, die durchaus populärer werden, aber Podcasts an sich sind ja wirklich noch dieses schöne, wie eine Website, dezentrale Ding. Du machst deins, jemand anderes macht sein anderes und irgendwie verknüpfen wir uns dann. Ja, apropos jeder macht seins, wir müssen langsam mal zu dem Punkt kommen, denn auch wenn wir heute auf ausschweifende Hausmeisterreihen verzichtet haben, läuft uns langsam die Zeit davon. Und jemanden wollte ich euch noch kurz vorstellen, Gülhem Desk, ich hoffe, ich spreche richtig aus, ein wahrer Virtuose auf der Drehleier. Ich habe noch nicht gehört, dass man dieses Instrument so intensiv klingen lassen kann. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Inweisen eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com Slash Newsletter Onlinegeister Feedback Haben wir heute wirklich mal Feedback rausgesucht, Christian? Ja, ich habe mir mal die Zeit. Natürlich nur die Fünf-Sterne-Bewertungen. Eine andere Bewertung haben wir nicht, nicht wahr, Christian? Und das werden wirklich wenige andere Bewertungen. Das finde ich eigentlich sehr löblich an der Stelle. Insofern, nenne ich mal kurz zwei Folgen. Schon ein bisschen älter. Also sorry, dass ich jetzt erst dazu komme. Das war einmal von Andrea. Zwei, die wissen, wo wir uns reden. Danke für euren Input. Beste Grüße. Ja, und ich bin auch da. Und dann Raphael hat noch geschrieben, danke für diese Verbindungen. Weißt du, welche Folge ist dagegen? Ich glaube, Kontext, Hintergrund, Verbindungen, Verknüpfungen. Danke, also konstruktive Kritik, gucken wir uns das nächste Mal an. Und ansonsten einfach kurz, knapp ab. Also vielen, vielen Dank. Negatives Feedback, meine ich, jetzt war auch konstruktiv. Vielen, vielen Dank, dass uns euer Ohr leidet. Das schätzen wir extrem. Deswegen sagen uns doch eure Meinung. Hinterlasst uns Bewertungen bei iTunes oder auf anderen Plattformen. Oder kommentiert bei www.onlinegeister.com. Da müsst ihr nicht eure Daten irgendwie an Apple verkaufen. Oder kommentiert in unseren Facebook-Live-Videos, die wir auch zu dieser Sendung mit aufnehmen. Ansonsten, wenn euch gefällt, was ihr hört, www.online-gasse.com. Da könnt ihr die Sendung unterstützen, euch aktiv mit einbringen, sei es als Gast oder in sonstigen Funktionen. Wenn ihr wollt, dass wir über ein schönes Thema sprechen. Ja, zum Beispiel auch das. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, das war es für heute. Genau, Tristan hat mich auch gefreut. Und nächstes Mal geht es um Manipulation im Internet. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Das war Online-Geister. 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 Vielen Dank.